so hallo herzlich willkommen zur 15 folge heute werden wir was werden wir denn tun ich muss gerade kurz was gucken was das so passt so werden wir haben ja alles aber überarbeitet und neue züge tja hier werden wir gleich noch einen kleinen umbau veranstalten und ich möchte hier das schwarzen ich werde es jetzt mal umblenden weil schwarzen klingt echt scheiße dort hausen dort hausen dann werden wir hier glaube ich ein bahnhof setzen und die kreis Okay. Hmm. Ich wollte diese so kurbeläge, das hab ich mir irgendwie schon... So. Ah, der ganz. 120 ist schon viel. 120 km sind schon viel. So, wenn ihr mehr sehen wollt, also diese und die letzte Woche waren echt brutal für mich. Das muss ich ja zugeben, weil Martia gewährt, es kamen keine Videos. Okay. So. 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 kleiner Umbau wird da jetzt gestartet ja wie gesagt letzte woche kamen kaum videos weil ich zu viel zu tun hatte es war echt chaotisch ist ja immer noch chaotisch fertig was ich mache und dann kam halt liebe keine videos was mir irgendwie zu befallen und dann leist den wo ich angekündigt habe vor drei tage da muss ich mal gucken dann werde ich wahrscheinlich noch diese woche unbedingt machen da gab es ja bei stormworks ein cooles neues update da kann man jetzt bohren das muss man sich mal vorstellen man kann nach öl bohren das trifft kreuzung da 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 so 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 jetzt haben wir es gemacht ja weil er es geschafft tja da kann ich mir wirklich nach öl bohren und ich habe ein fahrzeug also ich möchte er gesagt ein fahrzeug bauen was auf quasi mobil auf der welt platzierbar ist quasi nicht als struktur sondern wirklich als richtiges fahrzeug mit module so habe ich mir das jeder wird mal überlegt so 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 klar laudo safe bei neun minuten ich möchte die folge jetzt mal auf 20 minuten drosseln warum sind wir so ein minus dann müssen wir in ruhe da muss ich ja kurz was tun das ist immer noch heftig heftig joa also wie ich das ja oft genug erwähne daumen hoch für weitere videos und ein abo wenn ihr der meinung seid ihr guckt das öfters ich versuche mein content auch jetzt wieder regelmäßig zu machen aber ich vergleiche das jetzt so mit einer disney produktion star wars zum beispiel ich erwähne jetzt nur mal star wars star wars macht ja viele serien in letzter zeit vor allem sehr viele real verfilmung serie hier da ist das ja so du hast doch nur acht folge für eine staffel mit vielleicht vor zehn jahre wo eine staffel dann 20 folge hatte also das heißt für mich als produzent eigentlich müsste ich viel weniger videos machen um euch glücklich zu machen wenn man das jetzt von disney ableitet aber ich finde das irgendwie blöd wenn dann serie vorbei ist also die staffel vorbei ist und du willst immer noch gucken wieso hast du dann nicht richtiger content ähm mein großes vorbild ist auf jeden fall krank wer das video bestimmt noch nicht gesehen hat das ist gut kann man das überhaupt so sagen krank ich denke doch krank vor allem kohle 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 song kohle kohle schubidu könnte es möglich sein dass der einfach zu langsam ist zahlen die 30 minuten äh verwalten tap 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 zapp einfach auch bessere hier die hat man vorher die kaum mal kommt jetzt besuchen die die machen dann Das war der Plastikzug, da ist, ist er das? Sehr wichtig. Achso, weil es 80 war. Ist aber jetzt wahrscheinlich Dings höher, ne? Aber jetzt war es nicht mehr höher. Jetzt nicht relativ besser. Da müsste ich noch ein paar Wagons hinter dran hängen, glaube ich. Dann macht was hin. So, Fahrzeug verweilen. Emissionen. Emissionen. Lager. Ja. Ja. Stormworks. Update. Das wird auf jeden Fall mal ganz cool. Sorry, ich musste grad mal wirklich... Geh, ne? Ich bin total fertig. Ja. Und sonst? Was gibt's Neues? Nix. Nix. Okay. Sonst läuft mein Kanal so weiter, wie er es sollte. Ich mach morgen... ... ... ... ... ... ... Livestream. Also wenn ihr das Video bis hier schnell schaut und alles... ... ... ... ... ... ... ... Das ist bis jetzt schon zugehört an. Ja, geil. Ach, ich verstehe das, ne. Das eine Video war so cool. Also es hat 100 Aufrufe, ja. Das ist brutal. Das nächste Video nur 20. Das ist... Naja, ich habe hier jetzt an der Welt so die Reichweite. Das wird wahrscheinlich kommen, wenn ich immer ein bisschen mehr mache. Tja. Oh, die DC-3. Ui. Und die Zürich. Das sind aber alle Schiffe. Und die AFA-4. 145. Und 125. Oh, Blitz. Tank-LKW. Kipper. Oh, neue LKWs. Oh, neuer Waggon. Oh, da muss ich noch gerade mal so kurz gucken. Der neue Kahn. 120. 120. 120. Dann werden wir mal ein paar Haubeheide. Guck mal, da kommt der rote Pfeil, oh da steht schon, oh, warte, da steht schon Linie, Linie 1 drauf. Datei ist, wir werden die Linie 1 untereinander in Rangsdorf, 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 Rangsdorf. Wenn ich noch schnell fahre und dann war es das wieder mit dieser Folge. Ich muss nur um die Kürze. Das hat zwei Gründe. Einmal, der Teil des Videos wird zu groß. Das heißt, das braucht er Stunden, bis ich das echt mal hochklärt geräte. Obwohl ich gutes Internet habe. Zweiter Grund ist, ein Freund hat mir einen Tipp gegeben. Ich sollte die Videos nicht so lang machen. Dann guckt das auch jemand. Also kombiniere ich gerade zwei Sachen zu einem und kürze das Video. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Gut, gut. committed. Setz Earth für die Gänzure, ich will mit Noah in Rangsdorf, ja ... Det joue eben halt, mit dem Nagel. Dorfhausen, stimmt, Dorfhausen, Dorfhausen, jetzt steht das Dorpe drauf, oder Dorpe drin, können wir uns den jetzt mal kurz noch angucken, ja, da steht's, Rangsdorf Dorfhausen, so war das früher, dann gab's da Metallplätscher, wo der Zug entfährt, und wenn ein Sonderzug draufstand, dann war's ein Sonderzug, mhm, so war das, so, wir fahren mal bis dorthin, und dann sind wir schon bald 30, äh, bei 3, äh, 23 Minuten, mit 120, da, äh, glaub da an, Dorfhausen, und sind gleich, ui, ui, der ist voll, der ist voll, aber für das, für die Folge war's jetzt erstmal, dein Gefühl zuschauen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, bye, oder schau, mit v.